Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, flutschigen Runde Slither.io. Ja, in den letzten beiden Folgen sind wir ja ein bisschen so reingekommen ins Game, haben auch eigentlich schon ein paar Erfolge eingeballert. Und, ähm, Freunde, guck mal, was ich hier gemacht habe. Shane's Skin. Shane's Skin können wir machen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, weil ich muss, äh, ich kann das leider nur im Browser auf, also man kann das nur im Browser so aufnehmen. Deswegen muss ich mal gucken, wie das da so wird, äh, mit dem Fenster, ob man das überhaupt sieht. Wenn nicht, äh, hier ist auf jeden Fall Shane's Skin, meine Freunde. Da gehen wir jetzt mal drauf und gucken uns einfach mal die Skins an, was wir denn da auswählen können. Das sind natürlich verschiedene Farben, ähm, falls ihr einen Skin haben wollt, einfach einen Post auf Twitter, also könnt ihr ja dann unten rechts auswählen, Share auf Facebook oder auf Twitter halt, und dann könnt ihr einfach auswählen. Hier eine Deutschlandflagge, äh, Fagge, Fagge, ne Deutschlandflagge, wunderschön, hier die ganzen Flaggen wahrscheinlich, ne, ein Regenbogen, äh, nett, nett, nett. Es gibt nämlich auch Skins von YouTubern, die darf man nämlich auch nicht vergessen. Die haben man ja vielleicht schon in, äh, den letzten Folgen gesehen. Hier ist, glaub ich, auch einer von einem YouTuber, ich kenn die ganzen Skins jetzt leider nicht. Kenn nur zwei irgendwie, oder drei. Ähm, hier der Sternenhimmel, also es gibt sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten hier. Der von Crabblecop, äh, PewDiePie, das ist auch irgendwie ein Freund von Crabblecop, glaub ich, keine Ahnung. Äh, das ist auch einer, der heißt irgendwie Slowoman oder so, keine Ahnung, wie gesagt, also, äh, ich kenn mich da jetzt auch nicht so aus, ne. Aber da wären wir dann bei den Skins, und ich würde sagen, äh, ich entscheide mich heute mal für einen wunderschönen Regenbogen. Ein Regenbogen sieht friedlich aus, da hat man Spaß mit dem Regenbogen zu spielen, und ich denke, das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache, die wir heute mal wählen können. Zack, nehmen wir heute mal den Regenbogen, mein Name ist Curry Wurstel, meine Damen und Herren, und ich würde sagen, wir stürzen uns rein in den Getümmel, Ed wird lustig, hör mal. Freunde, Freunde der Gepflegten, wie viele sind denn da? 408, okay, alles klar. So, also ist natürlich schon ein Unterschied, ist auf jeden Fall schon irgendwie cool. Oh Gott, was ist denn hier los, Alter? Ja, das war's mit der Fol- ne, Quatsch. Ey, was ist da denn los? Holy moly. Okay, kommt da erstmal so ein Riesen-Jumbo angeflogen. Alter, ist der bescheuert? Ist der denn noch, Alter, ist das denn die Möglichkeit? Okay, ganz ruhig. Wir haben heute wieder eine Runde, wir tun einfach so, als hätten wir die ganzen letzten Runden gar nicht erlebt. Unser Highscore ist ja 11.000. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir den heute knacken können. Wie gesagt, wenn wir so einen Riesen-Jumbo da irgendwie töten können, dann wäre es natürlich möglich, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Da fährt ein Desaster, was auch immer das heißen soll. Warum er sich so nennt, weiß ich nicht. Ist er vielleicht traurig oder sonst was? Das ist ja immer so die Frage. Aber das soll uns gar nicht stören, denn wir fahren hier einfach mal rum und gucken uns einfach mal die Landschaft an und gucken einfach mal, wen wir so begegnen und wie wir diesmal so treffen. Freut mich auch heute wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen, ne? Freut mich nämlich immer, dass er entscheidet, muss man ja auch mal sagen, für die ganze Unterstützung in den letzten Jahren, sind ja fast schon drei Jahre jetzt, ähm, da kann man einfach immer wieder nur Danke sagen. Also es ist sehr, sehr schön, dass ihr da so lange mitmacht. Oh meinst, 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 ich nehme alles mit! Oh Gott, was war das? Was war, was war das denn? Meins! Oh Gott, ganz ruhig, ganz ruhig. Also da ist irgendwie der, der Blutdurst, äh, plötzlich in die Hülle gestiegen. Alter! Äh, ich war grad beim Danke sagen. Also wie gesagt, vielen Dank für die ganze Zeit. Ich hoffe, das geht noch sehr, sehr lange so. Ich hab auf jeden Fall immer noch Lust und es freut mich, dass ihr anscheinend auch immer noch sehr, sehr lange Lust drauf habt. Ähm, deswegen, danke. Kann man ja auch mal sagen, ne? Hab ich lange nicht mehr getan. Also, falls das jemand jetzt nicht gemocht hat, Pech gehabt. Musst du einmal mit leben, aber fühl dich auch angesprochen. Auch du, du gerade, der dieses Video guckt, danke. Danke. Auch wenn du es nicht magst, dass man dir Danke sagt. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil es eigentlich sehr, sehr nett ist, wenn Leute Danke sagen, denke ich. Deswegen, äh, fühl dich angesprochen. Du, genau du. Ja, ja. Meine Wurst ist größer als deine. Also in einem Spiel hier. Ne? Lassen wir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird zu eng. Das wird zu eng. Das wird alles zu eng. Aber wir sind da rausgekommen, weil wir ein Regenbogen sind, denn wir sind so freundlich und sind so glücklich. Woohoo. Und es, uns interessiert einfach gar nichts. Die Leute können machen, was sie wollen. Wir fahren hier einfach rum, wollen jetzt auch niemanden fressen oder so. Wir fahren hier einfach rum und fressen PewDieBie. Hö. Hau ab. Ey, du mit deiner Deutschlandfahne da, ne? Das, das gefällt mir nicht. Der will mich hier einsperren. Der will mich einsperren. Oh nein, der hat mich eingesperrt. Die haben mich eingesperrt. Scheiße. Ah ne, doch nicht. Alter. Okay, der war zum Glück nicht lang genug. Ja, Freunde. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Wenn ihr hier rumfahrt, ne? Und nicht die Augen offen haltet, dann kann es sehr schnell passieren, dass euch eine größere Wurst, warum sage ich eigentlich immer, ich sage immer Wurst, ein größerer Wurm irgendwie einsperrt, ne? Das ist gefährlich, Freunde. Das ist echt gefährlich. Weil wenn ihr nicht richtig hinguckt, dann ist das ganz schnell so passiert und dann könnt ihr nichts mehr machen. Dann seid ihr da drin. Es sei denn, ihr könnt den irgendwie, der ist irgendwie dumm genug und fährt in euch rein oder so. Und da sterben alle gerade irgendwie. Ich weiß nicht, was da passiert. So, aber das nehmen wir gerne so mit. Zack. Wie gesagt, haltet die Augen offen und die Ohren steif, damit ihr dann, äh, möglichst vorgewarnt seid vor solchen Attacken, Freunde. Das ist nämlich nicht lustig. Ich habe das selbst schon mal erlebt als kleine Babywürmchen. Und, ja, es, es war einfach der pure Albtraum. Es war einfach der pure Albtraum. Ich kam da nicht mehr raus. Und dann irgendwann bin ich einfach explodiert, Freunde. Ich bin explodiert. Was hat der vor? Was will der da? Was willst du? Was willst du, Freund? Hä? Du bist wieder viel zu gierig. So läuft das hier nicht. Da kommt der Regenbogen des Grauens äh, der Regenbogen des Grauens und frisst dich einfach auf. Wenn du mit mir Stress willst, mein Freund, dann kannst du das gerne haben. Guck mal, der da auch. Arcanis. Was willst du? Arcanis. Hä? Oh Gott. Hau ab. Immer diese ganzen ADAS-Würmchen, ne? Die fahren hier lang so. Ich fress alles. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Ich glaube, die sind irgendwo entflohen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich, ich, äh, sperre mal den. Ne, sperre ich nicht. Das lohnt sich nicht, die kleinen Würmchen, die jetzt einzusperren. Oh Gott, hau ab. Hau bloß ab. Du brauchst hier gar nicht Stress machen. So, na du. Ja, Kudi, hör mal. Wollen wir Freunde sein? Nee, nein, meine Maus. Oh Gott, Gott. Es ärgert so, es ärgert so und es tut so weh. So, wir sind gerade gestorben. Wir sind immer noch der Regenbogen des Friedens und, ähm, ich glaube, wir sind so friedlich, dass wir einfach mal ein paar Würmchen gegessen haben und immer noch friedlich waren. Also, wir sind so friedlich, dass man das gar nicht mehr glauben kann. Ähm, ich fahre mal in Richtung Mitte. Vielleicht gibt es da ein bisschen Action. Aber wir wandern erstmal weiter, sammeln ein paar Glühwürmchen ein und dann schauen wir einfach mal, was denn in der Mitte so los ist, Freunde. Hör mal, in der Mitte geht die Party ab. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Komm, wo ist der Riesenwurm hier? Hä? Wo sind die Jumbos? Wo sind die ganzen Jumbos hier? Ich seh euch doch. Ich riech euch doch schon. Gleich, gleich kommt das doch. Da passiert das doch jetzt, hä? Ja, komm. Ich weiß doch, dass du da bist. Ich seh dich doch. Guck mal, hier, Spuren. Also, wenn man so einen Turbo-Modus einschaltet, dann lässt man nämlich, dann verliert man auch, äh, Glühwürmchen. Also, man will sein kleiner. Ist natürlich klar, weil so ein Turbo wird ja sonst keinen Sinn machen. Dann könnte man ja die ganze Zeit im Turbo hier rumfahren und es wird keinen interessieren. Hallo, Jumbos! Hallo! Wie geht's euch? Na? Kuscheln? Hallo! Upsa! Schade. Ich dachte, der fällt drauf rein. Ich dachte, der fällt drauf rein. Ma, 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 ma. Boah! Riesen-Deutschland-Wurm. Komm her, komm her, komm. Wir gehen da jetzt ran. Wir haben nichts zu verlieren, meine Freunde. Wir haben nichts zu verlieren. Hallo, hallo! Ich bin dein Freund, ich bin dein Freund. Ah! Meins! Pech. Weißt du, wieder zu gierig, die Freunde. Wieder zu gierig. Wieder zu gierig. Alter Mann, ich wollte den Deutschlandwurm zerstören. Ich wollte ihn einfach überraschen. Einfach da reinfahren. Und einfach mal gucken, was passiert. Höhö! Höhö! Ich weiß nicht, was das für Würmchen sind. Das sind so kleine Würmchen. Die fahren irgendwie immer in jeden Reihen. Die bewegen sich gar nicht, als würden die gar nicht spielen. So, was macht der davon, hä? Komm, kleines Würmchen, komm. Höh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn hier los? Nein, hau ab, hau ab, hau ab. Ich bin nicht eingesperrt. Nein, jetzt hat er mich eingesperrt. Ach, scheiße. Wir werden sterben, Freunde. Wir werden sterben. Irgendwann werden wir unglücklich... Alter, was passiert hier gerade für eine Lichtdisco? Also wir werden jetzt sterben, Freunde. Oh, nein! Alter, hätten wir noch ein bisschen länger ausgehalten, dann wäre der weggefahren. Dann wäre der weggefahren. Das gibt's doch nicht. Oh, das kann doch nicht sein, Freunde. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ein bisschen länger durchgehalten und wir hätten es geschafft. Und wir hätten es geschafft. Okay, ich hab jetzt eine Mission. Wir bleiben klein und fahren einfach in einen riesen Jumbo rein. Es interessiert mich einfach nicht. Es interessiert mich einfach gar nicht mehr. Wir sammeln hier alles ein. Zack, 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 zack. So. So. Der interessiert uns noch gar nicht. Der ist noch ein bisschen zu klein. Aber wenn man so nichts zu verlieren hat, dann ist das eigentlich ganz nice. Hau ab! Ich will dir nichts tun, mein Freund. Du brauchst keine Angst vor mir haben. Als ob er Angst vor mir hat. Der ist einfach mal zwölf Mal größer als ich. Irgendwie. Komm Jumbos, wo seid ihr? Da ist ein Jumbo. Ja. Jumbo. Jumbo hat Lande erlaubt. Es ist in meinem Mund. So, hängen wir uns an seinen Arsch. Der macht irgendwie Turbo. Oh! Oh! Jumbo umsonst. Oh Gott. Nochmal. Da ist jemand tot. Oh, ganz viele andere Jumbos. Also, ihr seht schon, das bringt schon was. Wenn man da einfach mal hinfährt als kleines Würmchen und einfach mal abwartet, dann töten die sich alle von selber. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben jetzt wieder einiges an Größe. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir hier, äh... Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Meins. Meins. Ah, jawoll. Nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, der... Ja gut, den lassen wir gerade. Der ist eh der Jumbo gerade am Arsch. Okay, ganz ruhig, Leute. Wir sind wieder am Start. Da ist jemand gestorben. Da ist jemand gestorben. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ah! Was war das denn? Wie haben wir das denn überlebt, Alter? PewDiePie, hau ab. Wie kommen wir einfach immer dazu und fressen alles weg? Das ist voll geil. Das kann... Ey, die Black Mamba. Hör mal. So läuft das aber nicht, mein Freund, ne? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m gegessen, Freunde. Aber wie gesagt, nochmal Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, fress die Glühwürmchen und jag die Jumbos, Freunde. So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Currywurst. Ne, Quatsch. Hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Was laber ich denn da? Ich bin gerade echt irgendwie Brain-Avkar. Seitdem ich ein Wurm bin, bin ich nicht mehr derselbe. Macht's gut, Freunde, und wir sehen uns in einem anderen Video, wenn ihr Bock habt. Tschüss. Outro